So, aus Traukieswerke. Dave, ab in deine Schreitecke. Naaah, ist ja okay. Also den ganzen Tag warte ich hier auf dich. Wo treibst du dich grob? Dein Hack nur noch nicht. Denn da, ich kann mich da auf dich verlassen. Da hat er noch drauf gepisst, da setze ich mich nicht. Ja, so, ich will mich zu fächern und alles. So schwammt das Kohlewert eigentlich. Naja, die ganze Einrichtung wäre bestimmt mal Kohlewert gewesen. Hallo? Ja? Oh, ist doch. Ja, ist okay.